Ulrike Freitag ist eine deutsche Neuzeithistorikerin und Islamwissenschaftlerin. Wissenschaftliche Laufbahn Ulrike Freitag besuchte das Theodor-Heuss-Gymnasium in Göttingen und legte dort 1980 Dekasekunden Abitur ab. Im folgenden Jahr begann sie mit dem Studium der Geschichte der Islamwissenschaft und neueren deutschen Literaturwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Von 1982 bis 1984 war sie für dieselben Fächer an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn eingeschrieben. Von 1984 bis 1985 folgte ein Aufenthalt in Syrien, wo sie am Arabic-Teaching-Institute vor Fonrenjas und an der Universität Damaskus Arabisch und Geschichte studierte. Danach kehrte Freitag an die Freiburger Universität zurück und erlangte 1987 mit einer Arbeit über das französische Mandat in Syrien den Gratis Magisteratium. Freitag wurde 1991 in Freiburg über syrische Geschichtsschreibung 1920 bis 1990 zwischen Wissenschaft und Politik promoviert. Im gleichen Jahr arbeitete sie als wissenschaftliche Angestellte für außereuropäische Geschichte an der Fernuniversität Hagen bei Jürgen Osterhammel. Von 1993 bis 2002 war sie als Dozentin für die moderne Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens an der School of Oriental and African Studies der University of London tätig. Sie hielt sich während der Phase ihrer wissenschaftlichen Qualifikation nochmals längere Zeit zu Forschungszwecken im Ausland auf. Ihre Habilitation wurde durch Stipendien des Historischen Kollegen München sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt und erfolgte 2002 im Fach Islamwissenschaft an der Universität Bonn. Im Oktober 2002 wurde Ulrike Freitag zur Direktorin des Zentrums Moderna Orient in Berlin ernannt. In Verbindung mit einer Professur für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin Stellungnahmen zu aktuellen Konflikten. Ulrike Freitag häußert sich auch zu aktuellen politischen Problemen, so ZB. Zum Umgang des Saudi-Arabischen Staates mit dem liberalen Blogger Raif Badawi. Im Dezember 2015 erläuterte Freitag die konfessionellen Hintergründe der Drosselung Saudi-Arabischer Unterstützung für den sogenannten Islamischen Staat. Mitgliedschaften und weitere Funktionen. Seit 2002 Direktorin des Zentrums Moderna Orient Berlin. Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient. Middle East Studies Association. Seit 2007 im Wissenschaftlichen Beirat der Studie zur internationalen Positionierung der Geisteswissenschaften. Seit 2005 Co-Herausgeberin des Journal of Global History London. Seit 2005 im Advisory Board des Orient-Instituts der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Beirut. Seit 2003 Co-Herausgeberin der Zeitschrift Geschichte und Gesellschaft. Veröffentlichungen. Geschichtsschreibung in Syrien 1920 bis 1990. Zwischen Wissenschaft und Ideologie Deutsches Orient-Institut Hamburg 1991 ISBN 3-89173-023-3. Universität Dissertation 1991 Indian Ocean Migrants and State Formation in H. Drumout. Reforming the Homeland. Brill, Leiden unter anderem 2003 ISBN 9-0-0-4-128-5-0-6. Herausforderungen an die Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Globalisierung. In. Lothar Gall, 25 Jahre Historisches Kolleg. Rückblick, Bilanz, Perspektiven. Oldenburg, München 2006 ISBN 3-486-5800-5-1-S 271 bis 275. Arabische Visionen von Modernität im 19. und frühen 20. Jahrhundert Die Aneignung von Universalien oder die Übernahme fremder Konzepte. In. Jörg Barbarowski, Hartmut Käbel, Jürgen Schriever, Selbstbilder und Fremdbilder. Repräsentation sozialer Ordnungen im Wandel. Campus Verlag, Frankfurt am Main, unter anderem 2008 ISBN 978-3-593-380162-S 89 bis 117. Islamwissenschaft aus der Sicht eines außeruniversitären Forschungsinstituts, Orient als Islam. In Abbas Poya, Maurus Reinkowski. Das Unbehagen in der Islamwissenschaft. Ein klassisches Fach im Scheinwerferlicht der Politik und der Medien. Transkript Bielefeld 2008 ISBN 978-389942-7158-S 71 bis 81. From Golden Youth in Arabia to Business Leaders in Singapore. Instructions of AHA Drami Patriarch. In Eryk Takliakotso, South East Asia and the Middle East. Islam Movement and the Longue Durée. Stanford University Press, Stanford circa unter anderem 2009 ISBN 978-08047-61338-S 235 bis 249. Als Herausgeberin mit Malte Fuhrmann, Nora Laffey und Florian Riedler, The City in the Ottoman Appier. Migration and the Making of Urban Modernity. Routledge, London unter anderem 2011 ISBN 978-0415-583633-3. Translokalität als ein Zugang zur Geschichte globaler Verflechtungen. Ein Artikel im Online-Portal HSOZ-Kult veröffentlicht am 10. Juni 2005.